hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen video denn es ist wieder so weit das ist januar das ist die januar box und daher schauen wir uns jetzt mal an was so alles drin war thema dieses mal war also krieg und darum haben wir eine nutrader box gekriegt den fandest du gut okay war nicht mal ich gut einmal haben wir hier die muss man zwar nicht damit öffnen aber hier ist auch noch eine luka cola dabei die sieht ganz anders aus es ist ein luka cola energy drink refreshing to the last pip wie genial das oben fast drauf passt dann ist ja ein t-shirt drin das gebe ich dir schon mal das kannst du schon mal entwuseln da guck ich mal was hier noch so drin ist es ist gräulich und es ist so moment 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 jetzt muss ich hier mal was aufmachen eine call of duty mütze ein beanie die ist voll toll ist die ist hat so richtig weichen wollen die ist echt cool und ganz im sinne für call of duty stehen auch noch die letzten beiden sachen habe ich jetzt auf meiner mütze die mütze auf der mütze habe ich aber du kannst doch nicht du kannst doch nicht so rumlaufen ohne jetzt kommt es ohne nein kann ich nicht was muss ich noch haben was aber wenn ich ein dog taggen muss brauche ich doch auch einen dog dazu komm taggen wir diesen dog damit welcher dog möchte getaggt werden das ist sergeant nanny von der dritten division call of duty advanced dog fair und als letztes haben wir noch ein schlüsselband hier drin ebenfalls von call of duty da kann man sogar irgendwie noch so ein ausweis passen wie auch immer was reinhängen mein gott der schlüsselanhänger sogar noch kann man sein gamescom ausweishammer schau schon ist es drin ja du bist ein mann du musst das können call of duty coole sachen heute muss ich sagen ja oh oh ne kleiner hund ist er auch gut call of duty und fallout heute ganz großes thema schau doch mal in die kommentare wie euch das ganze so gefallen hat was wir dieses mal drin hatten und dann sehen wir uns beim nächsten mal mit der februarbox wieder tschüss 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 tschüss